Willkommen zu einem neuen video auf dem kanal mit dabei ist wie beim letzten mal der basti ja hi ja okay ja und wir zocken wieder first to five alles klar was ist das denn für ein kid was hast du gemacht okay dann das rüstung ausziehen aber man ist ich kenne das kid ist keine zupeilung ja junge es gibt keine meinung dem mit dem ich das kid heute mittag gezockt habe alter der richtig kassiert von mir denn der hat immer eine 10er kombo kassiert dann habe ich einer geborgen nein war das mein kid ernsthaft ich hab doch was du mal was du weißt ausziehen ich habe alles weggebrockt leck mich, leck mich dieses Kidd ist scheiße auf jeden Fall steht es schon 1 Minuten für mich ich leck mich ein bisschen ne, also ja, ist, hopp wow hä, der ist das nicht jawoll, sobald ich eine Runde gehe, fängt die an zu lecken aber du bist so ein Penner warum ja, ich stelle mich so neblig, hau dich extra nicht weißt du, du bist so ein Sackgewicht ja, Junge leck mich jo, wahrscheinlich ich hätte dich auch einfach töten können hast du aber nicht fuck und lass gleich nur noch für dich aufnehmen, ich nehm' allein genau ok, also du kannst ruhig auch das geht's jawoll mach das mach das mach das mal anders mach das mal anders ja das ist doch das zweite Video, wir sollten es noch zusammen aufnehmen, bist du ja stimmt das nimmst du gerade auch auf nö, ich nehm' ja nicht mehr auf ok dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video, ich hab' 5 zu 0 gewonnen, richtig easy aber schaut auf jeden Fall mal beim Basti vorbei Kanal-Link ist in der Beschreibung verlinkt check den auf jeden Fall mal ab, lasst bei dem auch ein Abo da und auch ein Like, er macht im Moment ziemlich gute Videos und tschau